Willkommen zur 117. Folge Brettspiel News Talk. Ich bin Johannes und in dieser Folge gehe ich mit Robert Heller vom Spiel das Verlag über seine Arbeit, den Verlag über die Wirtschaftlichkeit von kleinen Verlagen und vieles mehr. Viel Spaß! So, ein neuer Interview-Podcast, wieder mit einem Gast, nämlich Robert vom Spiel das Verlag. Hallihallo! Hallo! Super cool, dass du da bist. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen vielleicht der Spiel das Verlag schon was sagt, aber die dich noch nicht kennen. Magst du dich erstmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Robert, 43 Jahre alt, ziemlich spieleverrückt. Sehr logisch, wenn man in der Branche ist, glaube ich, aber tatsächlich spiele ich für mein Leben gern. Mein Umfeld muss da unter Umständen auch darunter leiden. Und ja, ich habe das Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben mit dem Spiel das Verlag. Also es ist tatsächlich ein Herzensprojekt. Voll cool. Du hast den Verlag, das heißt, du musst vorher irgendwann für dich entdeckt haben, boah, Brettspiele, das ist ja was richtig Tolles. Wann war das? Wie kam das, dass du gemerkt hast? Brettspiele sind mehr als Mensch, ärgere dich, Monopoly etc. pp. Ja, das ist schwierig, wenn man so weit zurückgeht, weil man ist ja, ich bin ja in den 90ern aufgewachsen, da waren Brettspiele tatsächlich, wie du gerade sagst, Mensch, ärgere dich, nicht Monopoly. Es nie fährt in der Achterbahn vielleicht noch. Und erst so Ende der 90er kamen dann auch so in meinem Freundeskreis so Spiele auf wie Bonanza zum Beispiel. Das waren dann halt so, wo du dann auch wirklich mehr gemerkt hast, ach cool, das kann ja auch interaktiv sein, das kann ja auch spaßig sein, das kann ja auch immer anders sein. Und aber tatsächlich hingeführt zu eigenen Spielen kam das dann erst so, ich weiß auch nicht so richtig, 2003, 2004, 2005, wo man dann mal runtergespielt hat oder andere vergleichbare Spiele. Und ja, dann ab 2010, seit 2010 entwickle ich, dann habe ich dann angefangen, selber Spiele zu entwickeln. Wenn du dir mal vorstellst, ich bin eine Person, die gar nichts mit Brettspielen im Hut hat, sowas soll es ja immer noch geben. Was würdest du sagen, ist das Tolle, das Faszinierende am Hobby? Ja, wie gesagt, diese Interaktivität einfach. Also das, was ja auch, Mensch, ärgere dich, nicht zum Spiel macht, dass immer noch gespielt wird. Das, was mich auch immer noch mit Freuden an meine Activity-Anfänge in den 90ern zurückerinnern lässt, das ist so dieses, man spielt miteinander, man hat Spaß, das bezieht sich aufeinander, was man tut, man kann die anderen ärgern. Also dieses, das ist so, das finde ich das absolute Besondere. Und für mich kommt dazu noch dieses Entfliehen aus dem Alltag. Also es ist oftmals so, dass ich auch ziemlich überarbeitet bin, aber spielen könnte ich immer. Und ich muss mir auch oft die Frage gefallen lassen, ja, warum willst du nicht einfach mal chillen, irgendwie auf die Couch legen, irgendwas lesen oder so. Aber für mich ist dieses Spielen, dieses dem Alltag entfliehen, rauskommen, was anderes machen und nach dem Spielen hat man so eine Euphorie in sich drin, jede Menge Endorphine. Zumindest geht es mir so. Okay, du hast jetzt schon 2010 als Datum genannt. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Janne, keine Ahnung, mehr als, ich weiß nicht, in Anführungszeichen, nur spielen? Das kann man, also es war einfach so, dass ich, ich bin generell ein sehr kreativer Mensch. Ich bin bei Film und Fernsehen aufgewachsen beruflich und bin auch ein sehr visueller Mensch. Also bei mir entstehen tatsächlich, wie man so schön sagt, Filme im Kopf. Und genauso ist es mit Spielen. Also dass Spielideen mir mehr oder minder zufliegen, spannende Themen und auch mechanische Ideen. Also tatsächlich gehöre ich zu denen, die sagen und dafür oft in die Klapse eingeliefert werden sollen, dass sie im Schlaf Spiele erfinden. Es ist bei mir tatsächlich so. Also wenn ich viele Eindrücke habe, die verarbeitet man dann so in diesem Halbschlaf. Der eine oder andere wird es kennen. Man kann nicht so richtig schlafen, man schläft so ein bisschen, Dinge verbinden sich im Kopf. Und so kam mir auch meine allererste Spieleidee in den Sinn. Und dann setzt man sich am nächsten Morgen hin, schreibt das auf oder bastelt das, was man im Kopf gesehen hat. Und manchmal kann es so einfach sein. Dann hat man die erste Spieleidee. Oftmals kommt da natürlich noch ganz viel Entwicklungsarbeit hintendran. Aber so kam ich zum Spieleentwickeln. Wobei ich sagen muss, schon mit 14 habe ich mein erstes Brettspiel entwickelt im Deutschunterricht damals zum Thema Robinson Crusoe. Das war so mein Anfangswerk. Aber so richtig, dass ich gemerkt habe, boah, es macht mir Spaß, selbst diese Spielewelten zu kreieren. Das kam dann so mit 2010 tatsächlich. Und wie kam dann die Idee für den Spiel, das Verlag? Man muss ja sagen, es gibt ja in Deutschland schon so viele Spiele. Warum hast du gedacht, es braucht noch einen? Auch das ist eigentlich, lässt sich gar nicht in Kürze erklären. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also tatsächlich basiert der Spiel, das Verlag bei mir auf meiner Arbeit als Spieleautor. Und ich habe quasi neben meiner Erstidee damals, die 2011 fertig war, das war das heutige Magistraduell der Magier, kam mir dann 2014 die Idee zu Neue Helden braucht das Land, weil ich diese Welt der Möchtegern Superhelden mochte. Also Menschen, die denken, sie wären Superhelden und sind es gar nicht. Und darüber ein Spiel zu machen, das fand ich einfach eine super Idee. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Mit dieser Idee bin ich dann zum Nachwuchsautorentreffen nach Göttingen gefahren. 2018 war das. Habe an der, habe mich um dieses Stipendium, Nachwuchsautorenstipendium beworben von der Thürich Spiel des Jahres. Habe dort den dritten Platz gemacht, war eigentlich super happy. Aber dann überlegt man natürlich, wie geht es jetzt weiter? Dann habe ich lange mit Ravensburger tatsächlich an Neue Helden gearbeitet und final aber dann doch eine Absage bekommen. Und das ist dann erstmal jeder, der so ein bisschen in dieser Branche drin ist und auch Spiele entwickelt, kann das nachvollziehen. Das ist erstmal so ein Schlag in den Nacken. Man bekommt so viel gutes Feedback, man entwickelt das Spiel im Sinne des Verlags weiter und am Ende steht man aber mit leeren Händen da. Und dann habe ich mich erstmal ein Jahr lang irgendwie zurückgezogen, musste das erstmal irgendwie verarbeiten, wusste auch nicht, wie es weitergeht. Und so kam dann in 2020 der Gedanke zu sagen, also Ende 2019, Anfang 2020 zu sagen, dass mir sind meine beiden Spiele, die ja gut bewertet wurden von der Thürich Spiel des Jahres. Das ist mir zu schade, dass sie in der Schublade liegen. Und da kommt dann der Gedanke, den auch ganz viele Autoren haben, ich mache das jetzt im Eigenverlag. Und ich wollte aber von vornherein nicht so diese Eintagsfliege sein, sondern ich hatte irgendwie ja dieses Konzept des Spiel des Verlags schon im Blut und im Kopf, wie dieses Gesamtding aussehen könnte. Also dieses, was ich gern erreichen möchte. Und deswegen habe ich das dann gleich größer aufgezogen. Also mit Angestellten, mit professioneller Homepage, Logo, dem Spiel das Name. Und jetzt komme ich leider erst auf deine Frage zu sprechen, die du gestellt hast. Ich hoffe, bis hierhin ist noch jemand dran geblieben. Warum habe ich gedacht, es braucht den Spiel des Verlag noch? Damals habe ich dann auch gedacht, der eine Punkt war eben, diese Spiele rauszubringen. Der andere Punkt war, diese Erfahrung, die ich als Spielautor gemacht habe, die durchaus deprimierend sein können. Einer von unendlich vielen zu sein, quasi kaum eine Möglichkeit zu haben, sich durchzusetzen gegen so viele Mitbewerber, weil in Deutschland ja sehr viel lokalisiert wird und sehr viel aus dem Ausland kommt. Und das wollte ich so zum Anlass nehmen, zu sagen, okay, ich möchte gern einen Nahbahn-Verlag machen, der sich auch für Nachwuchsautoren und Autorinnen einsetzt, der viel mit deutschen Spieleautorinnen macht und mit dem man reden, den man anfassen kann und wo man Spiele mitentwickeln kann. Weil ich habe meine Spiele auch mit anderen Menschen zusammenentwickelt, auf diesen Stand, auf dem sie sind. Und bin der festen Überzeugung, dass Spiele, die von Verlag, also Redakteurin im Verlag und Autor zusammenentwickelt werden, dass das die besten Spiele sind. Und dass dann eben auch ausgemerzt wird, dass da Fehler drin sind. Ich finde, es gibt einige Spiele, die auf den Markt gekommen sind, die nicht so gut weiterentwickelt wurden oder wo die Spielanleitung nicht verständlich ist oder so. Und das sind alles Dinge, wo ich meine, okay, das ist so ein bisschen dieser Massenproduktion von Spielen geschuldet. Und da wollte ich so ein bisschen so einen Keil reintreiben, um das jetzt mal so zu umreisen. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, weil ich es ganz spannend fand, auf der Website steht, Spieldas ist kein normaler Verlag. Das würden, behaupte ich mal polemisch, vielleicht alle Verlage behaupten. Leider ja. Erzähl nochmal, was macht, du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber was macht Spieldas anders als andere Verlage? Ja, das stimmt. Also unser Hauptspruch ist ja auch anders und besser. Also das ist so ein bisschen tatsächlich schwierig, sich da abzuheben, weil das jeder behauptet. Aber anders ist bei uns tatsächlich, dass wir sehr viel Wert auf die Meinung unserer Spielerinnen, Testerinnen, Kundinnen legen. Also viele melden sich tatsächlich mit Verbesserungsvorschlägen oder entdecken einen kleinen Fehler in der Regel oder so. Und wir bauen die Sachen ein. Also wir haben ja jetzt zweite Auflagen schon produziert und da sind diese Sachen ausgemerzt, weil wir total dankbar dafür sind, solchen Input zu bekommen. Wir entwickeln auch Spiele mit unseren quasi Kundinnen zusammen. Also bestes Beispiel ist unser Roll & White Color Square. Das haben wir in der ersten Version an unsere Instagram-Follower geschickt. Und zwar an nicht wenige, 20 bis 30 waren das, glaube ich. Haben Fragebögen mitgeschickt, haben Feedback bekommen und auf Basis dieses Feedbacks haben wir dieses Spiel rausgebracht. Und haben dann allen diesen Testerinnen auch noch einen Rabatt auf das Spiel gegeben, wenn sie das gern haben wollten. Vielleicht mochten sie es ja aber auch gar nicht. Aber im Grunde haben es genug gemocht, dass wir ja gesagt haben, oh, das machen wir. Das hat Potenzial. Wir haben auch versucht, auf diese Weise herauszufinden, ist denn dieser Markt von Roll & White-Spielen überhaupt, ist der vielleicht schon gesättigt? Haben wir da was Eigenes am Start mit Color Square? Und das wurde uns eigentlich von den Testerinnen bestätigt. Und sowas machen ja große Verlage auch nicht. Und das Nächste ist so ein bisschen, dass wir halt tatsächlich versuchen, eben Nachwuchsautorinnen diesen Start in die Spielewelt zu ermöglichen. Und dafür haben wir ja dieses Nachwuchsautorinnen-Treffen ins Leben gerufen, was jetzt vor 14 Tagen zum dritten Mal inzwischen schon stattfand, wo die Autorinnen kommen können, können ihre Prototypen vorstellen, kriegen eine wirklich, wirklich gute, fundierte Kritik, das Spiel weiterzuentwickeln und bekommen von mir auch alle möglichen Infos rund um das Verlagswesen gesagt. Also ich spiele mit absolut offenen Karten. Ich sage den Autorinnen auch wirklich, wie kompliziert es ist, als kleiner Verlag in der Spielebranche sich durchzusetzen. Auch was ein Spiel haben muss aus unserer Sicht, damit es ein Erfolg ist. Wie sie sich bei Verlagen eventuell bewerben sollen mit ihren Ideen. All solche Dinge bekommen die von mir gesagt. Die bekommen einen richtigen Einblick. Die wissen noch gar nichts über die Spielebranche. Und ich gebe das aber weiter. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich in derselben Situation war und mir gewünscht hätte, es hätte so etwas gegeben. Weil ich quasi einfach blind in diese Branche gestartet bin, größtenteils. Und das ist so ein bisschen die Sache und mich freut es halt total, dass bei diesem Nachwuchsautorinnen-Treffen auch Spiele rauskommen, die wir dann tatsächlich veröffentlichen können. Also dass da wirklich Ideen dabei sind, die mit uns zusammen dann so einen Entwicklungsstand haben, dass wir sagen, die schmeißen wir jetzt auf den Markt. Und beim allerersten Treffen war das eben das Spiel Color Square, was damals noch Instinct hieß. Und dieses haben wir mit dem Nachwuchsautor zusammen rausgebracht, den Patrick Katona. Und das war sein allererstes Spiel, was er in der Branche veröffentlicht hat. Du redest jetzt auch mal von wir. Wer seid ihr denn? Das bist ja wahrscheinlich, oder hast ich schon gesagt, eine Mitarbeitende. Wer gehört alles zum Spiel, das Verlag dazu? Also wir sind ein sehr offener Verlag. Ich mag das nicht, so feste Strukturen. Ich bin es auch gewohnt, aus meinem Arbeitsalltag als Selbstständiger quasi im Team zu arbeiten, aber nicht als mit diesen ganz festen Strukturen, dass man immer dieselben Mitarbeitenden hat. Also natürlich habe ich eine Stammbelegschaft. Ich habe die Nora gehört dazu, die quasi bei uns Communications und Sales macht. Die Laura ist fest angestellt, die bei uns Social Media ein Marketing macht. Aber ansonsten kommen da sehr, sehr viele freie Personen dazu. Jemand, der uns im Lager unterstützt und die Spiele rausschickt zum Beispiel. Jemand oder mehrere Personen, die uns auf Messen unterstützen und die auch immer wieder auf den Messen für uns da am Stand stehen und teilweise auch Interviews machen. Auch da muss ich nicht ständig vor der Kamera stehen. Und noch viele andere Leute, die sich kreativ einbringen. Ob das jetzt unsere Homepage-Designer, unsere Grafiker, unsere Illustratoren sind, alle entwickeln auch an den Spielen mit. Also das ist nicht so, dass man die Sachen irgendwie wegschickt und illustriert wiederbekommt, sondern da wird sich gemeinsam hingesetzt, da wird gespielt, da wird überlegt, wie bekommt man Grafik, Illustration und Spielmechanik in Einklang. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, wir sind ein sehr großes Team, ein sehr offenes Team. Zusätzlich auch noch Menschen, die für uns Spieleideen scouten oder Spieleideen von Nachwuchsautorinnen testen und bewerten in Spielegruppen, sodass wir wissen, welche Spieleideen haben Potenzial und welche nicht. Also es ist ein gewaltiges Team, was dahinter steckt. Und warum machen die Leute das? Teilweise sogar ohne Bezahlung. Die machen das, weil sie dieses Konzept toll finden vom Spiel, wie das Verlag, dieses Offene, dieses Kreative und dieses Konzept, was, das muss man dann auch sagen, was nicht auf Profit ausgelegt ist. Also wir versuchen natürlich zu überleben und so viel einzunehmen, dass es funktioniert, dass der Laden am Laufen bleibt. Aber es geht hier nicht darum, mit diesem Verlag irgendwie Kosmos anzugreifen und reich zu werden. Das ist es nicht. Und das ist auch gar nicht mein Ansporn. Und mein Antrieb, mein Antrieb ist zu sehen, wie glücklich die Spielerinnen sind, wenn sie unsere Spiele spielen. Und das ist einfach unvergleichlich. Jetzt hast du schon einige sozusagen Aufgaben von den Mitarbeitern gesagt. Was machst du denn den ganzen Tag? Was ist dein Alltag? Ich mache nichts. Ich habe das Geld gegeben und für die Interviews und das war es. Was hast du denn gedacht? Nein. Ja, was mache ich? Also tatsächlich habe ich ja, ich mache, also ich habe ja angefangen mit dem Verlag und habe alles gemacht. Also alles. Ich habe die Sales gemacht, die Communications, die Marketing, den Social Media Kanal. Also alles, alles, alles. Und habe mir, habe immer mehr gemerkt, der Verlag ist so schnell gewachsen. Wir haben so schnell auch erfahrene Autorinnen auf uns aufmerksam gemacht. Wir haben große ausländische Publisher auf uns aufmerksam gemacht. Beispiel ist ja Yellow, mit denen wir jetzt schon das zweite Spiel rausbringen. Also das ging so schnell, dass ich mir immer mehr versucht habe, Helfer zu holen, die quasi mich da unterstützen können. Und nach und nach gebe ich diese Sachen an die Helfer ab. Also das ist gar nicht lange her, da habe ich Social Media noch alleine betreut. Jetzt quasi mache ich nur noch einen Bruchteil davon. Ich schreibe auch immer noch die Social Media Texte für die Beiträge größtenteils, weil ich die Spiele halt am besten kenne und teilweise auch bewertet habe und so. Also ja, was mache ich? Also ich, wie gesagt, ich mache viel. Das Marketing, also das Marketing läuft größtenteils über mich, dass ich die Werbetexte schreibe. Das ist auch meine Profession, das Schreiben des Texten, das Marketing, die Werbung. Auch da komme ich ja so ein bisschen her. Das heißt, diese Sachen mache ich. Ansonsten ist es sehr viel Verträge mit Vertragspartnern, ausländischen Partnern, inländischen Vertriebspartnern, sehr viel auch diese Kontakte zu Influencern und so weiter. Und ich bin auf jeder Messe vertreten tatsächlich, weil das ist mir auch wichtig, dass ich an den Kunden und Kundinnen dran bin, dass ich quasi da an den Tischen sitze, erkläre, wie das Spiel funktioniert und auch mitbekomme, was die sich wünschen, was denen Spaß macht und daraus auch lerne. Außerdem ist es, wie gesagt, auch wieder diese Befriedigung, wenn die Kunden dann aufstehen und sagen, das hat uns so viel Spaß gemacht. Das ist ja toll. Euch hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Wir nehmen das Spiel mit. Ja, also eine schönere Bestätigung kann es für jemanden nicht geben, der so einen Verlag gründet. Und was ich darüber hinaus mache, ist natürlich mich darum kümmern, dass immer neue Spiele rankommen. Ja, also die müssen ja auch getestet werden, die müssen ausprobiert werden. Ich entwickle eben primär diese Spiele auch mit den Autorinnen weiter. Also dass ich konkret sage, also das und das funktioniert nicht so richtig. Hier und hier müssten wir das und das machen. Lass uns mal das und das ausprobieren. Auch das gehört zu meinen Aufgaben. Ja, also irgendwie Mädchen für alles. Und doch versuche ich, das so hinzubekommen, dass ich mich mehr auf diese Weiterentwicklung von Spielen entwickeln kann, konzentrieren kann, damit ich auch selbst vielleicht noch mal das eine oder andere Mal wieder ein neues Spiel von mir umsetzen kann am Ende. Würdest du sagen, dass bei dieser Spieleentwicklung deine Perspektive auch als Autor hilft? Also es gibt ja sozusagen Leute, die sozusagen nur, nur in Anführungszeichen RedakteurInnen sind, aber du bist ja sozusagen dann beides. Hilft dir das bei deiner Arbeit? Definitiv. Also da bin ich mir sehr sicher. Jetzt gar keine Kritik an RedakteurInnen, ja, die, mit denen ich ja auch, die ich ja auch kenne und mit denen ich weiterarbeite. Aber auch die können natürlich ihren Job auch sehr gut dann machen, wenn sie natürlich viele Spiele spielen. Ja, das ist ganz klar, weil sie dann so ein bisschen Eindruck davon haben, was funktioniert, was macht Spaß. Und ich finde, wenn man selber Spiele entwickelt, ist das nochmal eine Ebene mehr, weil ich ja selbst ein sehr großes Verständnis habe von Mechaniken. Wie funktionieren Mechaniken miteinander? Wie kann man ein Spiel Entertaining machen? Was ist Frust? Wie kann ich Downtime minimieren? Wie kann ich den Frust in dem Spiel minimieren? Also da habe ich natürlich ein sehr großes Verständnis von, weil ich selbst, also außer die drei Spiele, die von mir jetzt auf dem Markt sind, habe ich ja, habe ich 50 Ideen in der Schublade, ja. Also Ideen, die teilweise fertig sind, aber wo ich einfach als Verlagsinhaber gar nicht mehr dazu komme, sie weiterzuentwickeln. Und dieses Know-how einfließen zu lassen in die Spieleentwicklung, da bin ich mir sehr sicher, dass das dazu beiträgt, dass ein Spiel dann ein Spiel ist, was wirklich gut und entertaining ist. Als Beispiel kann man hier nicht nur Instinct sagen, was ja von einem Nachwuchsautor war und jetzt einfach rund ist und was ganz anders war vorher, bevor ich mich eingebracht habe und gesagt habe, hör zu, dass das und das funktioniert nur zu zweit, nicht zu viert oder das funktioniert nur zu viert, nicht zu zweit. Lass uns das ändern. Und ein anderes Beispiel ist Eolos. Das ist ja von Aave, Fühler und Guido Eckhoff und das war am Anfang ein Weltraumspiel. Und der Aave hat das durchaus auch anderen Verlagen angeboten. Und die anderen Verlage haben aber gesagt, sie wollen das nicht. Und da kann man jetzt über die Gründe streiten. Sicherlich ist ein Grund, dass Weltraumthema damals auch aus meiner Sicht nicht so richtig funktioniert hat. Aber ich habe die tolle Mechanik, den tollen Kartenablegemechanismus erkannt. Den fand ich von vornherein irgendwie unik und besonders. Und jeder Rezensent hat danach auch dasselbe gesagt. Ja, auch die thürische Wehe des Jahres hat dasselbe bei ihren Tests gesagt zu dem Spiel. Und dann haben wir im Verlag das Spiel und maßgeblich natürlich ich und der Illustrator Marco Armbruster, wir haben dieses Spiel dann in die Richtung entwickelt, dass es griechische Mythologie war, dass es vereinfacht wurde, dass es nicht ganz so verkopft war. Und dass es einfach auch für Familien geeignet ist, weil wir sind nun mal ein Familienspielverlag. Und am Ende, und das freut mich dann besonders, dass auch die Autoren dann wirklich happy mit dem Ergebnis waren. Also wirklich glaubhaft happy mit dem Ergebnis waren und sich auch wirklich bei mir da bedankt haben. Und da habe ich mich dann gefreut, weil das dann zeigt, dass ich nicht ihre Idee irgendwie kaputt entwickelt habe, sondern dass ich wirklich die Idee weiterbringen konnte. Und ich muss auch sagen, diese Entwicklung von vier klugen Köpfen an diesem Spiel hat dieses Spiel zu dem gemacht, was es jetzt ist, sodass es eigentlich aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Tester so gut wie keine Schwäche hat, die jetzt in der Mechanik zu finden ist. Also jeder hat natürlich ein Geschmäckle und findet es vielleicht zu leicht oder zu schwer, aber es gibt meiner Meinung nach keine großen mechanischen Probleme. Und das ist das Ergebnis von wirklich intensiver Vierfach- oder Vier-Personen-Entwicklung. Und ja, ich glaube schon, dass das dann hilft, dass ich da aus dieser Richtung komme. Ja, ohne mich jetzt da selbst übermäßig loben zu wollen. Aber das ist auch das Feedback, was ich bekomme beim Nachwuchsautorentreffen. Ja, auch da bekomme ich genau das als Feedback. Wow, okay, das hat mich jetzt echt weitergebracht. Und das Feedback bekomme ich von Menschen, die sonst auch mit anderen großen Verlagen über ihre Prototypen reden. Ja, und dass ich sie dann doch so ein Stück voranbringen kann mit meinen Ideen, das finde ich schön, das freut mich. Denkst du manchmal, dass du lieber mehr Zeit hättest für deine eigenen Ideen und das sozusagen der, ja weiß nicht, der Verlag hindert dich dann scheinbar ein bisschen daran, oder? Ach, hört mir das so sehr raus? Nein, also es ist natürlich wahr. Ich meine, ich bin auch Spieleentwickler durch und durch, ja. Und natürlich, ich habe, wir haben schon ein Spiel von mir angekündigt, das soll seit zwei Jahren auf den Markt kommen und ich kriege es aber nicht fertig. Und wir nehmen es immer wieder aus diesen Vorankündigungen raus oder schieben das Datum nach hinten. Und tatsächlich werde ich auch immer wieder von Leuten angesprochen, man kommt in dieses Spiel, ich möchte das jetzt bitte kaufen. Ja, und ich sage immer, ich schaffe es nicht, ich komme nicht voran. Und ja, also tatsächlich, der Verlag braucht dann doch mehr Betreuung und Input von mir, ähm, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich werde mehr Zeit haben, äh, Spiele weiterzuentwickeln. Aber ich habe dafür ja was Schönes anderes. Also erst mal ein Verlag, der immer mehr wächst, immer schneller wächst und, und, und tolle, tolle Kritiken und bekommt und gibt tolles Feedback. Und ich habe ja diese Möglichkeit des Weiterentwickelts mit den Spielen, die ich rausbringe. Also da habe ich das nicht in dem umfangreichen Maße wie bei mir. Ähm, aber es ist natürlich auch einfacher, schneller und es ist trotzdem schön. Mich freut das, wenn ich so einen Color Square in der Hand halte, freut mich das genauso, als hätte ich das selber entwickelt. Weil ich ja weiß, dass ich über die Grafik bestimmt habe, dass ich über das Gameplay mitbestimmt habe, dass ich die Regel geschrieben habe. Also dass viel an dem Spiel bei mir ist, obwohl mein Name so gut wie nirgendwo steht. Ähm, aber trotzdem freut mich das, das in den Händen zu halten, weil ich weiß, dieses Produkt gibt es nur, weil es den Spiel, das Verlag gibt. Und weil ich daran mitgearbeitet habe. Und das ist, wie gesagt, einfach ein tolles Gefühl, auch wenn ich gar nicht selbst der Autor bin. Du hast jetzt Familienspiel Verlag gesagt. Wieso soll der Spiel, das Verlag denn ein Familienspiel Verlag sein? Also maßgeblich ist das deswegen, weil ich persönlich mich in diesem Medieh auch am wohlsten fühle. Also ich muss ja dahinter stehen und will die Spiele voranbringen. Ähm, ich wäre ein Verlag wie viele andere Verlage, wenn ich einfach nur Ideen drucken und verlegen würde. Das wäre dann nicht mehr Spiel, das. Dann bin ich einfach nur ein Verlag. Es gibt ja auch Verlage, die ausschließlich Lokalisierungen machen. Das ist dann halt irgendwo blutleer, finde ich. Und ich finde schon, dass unser Verlag das Gesicht wahren sollte, dass, was man auch in unseren Social-Media-Kanälen zum Beispiel sieht, dass wir mit absoluter Offenheit vor die Kamera treten und auch klar sagen, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Und Einblick ins Verlagswesen geben, wofür wir auch viel gelobt werden, dass wir so offen zeigen, wie es bei unserem Verlag zugeht. Und, ähm, das alles wäre nicht gegeben, wenn ich jetzt ein Spiel verlegen würde, wohinter ich gar nicht stehe. Oder wo ich gar nicht mitentwickeln oder weiterentwickeln kann. Ähm, das ist mal der eine Grund. Ähm, der zweite Grund ist, dass ich, ähm, mich selbst in diesem Metier ansiedeln würde. Also ich mag auch Kennerspiele, ohne Frage. Ähm, da gibt es jeden Menge Spiele, ähm, bin auch ein krasser Fan von Risiko eigentlich immer schon gewesen. Vor allem Risiko Evolution. Ähm, also das ist so, ich mag dieses strategische Denken. Aber ich, ähm, ich finde, dass, äh, diese, diese Szene der Familien, die mit ihren Kindern da sitzen, das ist ja so, ähm, also ich dreh's mal zurück. Ich hab, am Anfang hieß es, ähm, hab ich Interaktivität erwähnt. Bei einem richtigen, heftigen Kennerspiel kann es durchaus passieren, dass jeder nur in seine Karten guckt, seine Spielzüge plant und gar keine wirkliche Interaktion aufkommt. Interaktion kommt dann so ein bisschen, wenn ich den anderen vielleicht angreife oder irgendwie Einfluss auf ihn nehme. Aber in der Regel grübelt jeder sehr viel. Und das ist für mich nicht dieser Inbegriff des spaßigen Spieleabends, äh, wo ich, äh, wo ich, wo ich abschalten kann und wo ich danach mit Endorphin rausgehe. Weil in einem strategischen Spiel, wo ich zwei Stunden lang mir eine Strategie überlegt habe und dann letzter werde, gehe ich nicht wirklich mit Endorphin raus. Sondern will ich rausgehen und will eine Mülltonne zusammentreten. So, und, ähm, und das will ich nicht, ne? Ich möchte den Menschen etwas geben, wo sie danach lächeln. Und das auch bei mir am Messestand, wo die, wo sie aufstehen und lächeln, weil sie happy sind. Und das ist nun mal dieser, dieser Familienspielbereich, ja, mit diesen kurzweiligen Spielen. Die können auch mal eine Stunde dauern oder so, aber trotzdem sollen sie kurzweilig sein. Sie sollen wenig Downtime beinhalten. Und eben diese Interaktivität, diese berühmte, die wir eigentlich versuchen, bei jedem unserer Spiele mit einzubauen. Das ist auch so ein bisschen so ein Kernmerkmal, was für Spiele setzen wir um, ja. Und deswegen, würde ich sagen, deswegen dieser Familienspielverlag, der aber durchaus sich in Richtung Kenner oder in Richtung Kinderspiel mal ausdehnen kann und auch ausdehnt und das auch mal ausprobiert. Aber tatsächlich mussten wir jetzt feststellen, dass wir in diesem, in diesem mittleren Segment sehr gut fahren, ab acht Jahre, ähm, und da sehr viele Fans gewonnen haben. Das finde ich super spannend, weil ich habe immer das Gefühl, dass so in dieser sehr, sehr, der Szene der viel spielenden Leute sind Familienspiele so ein bisschen, weiß nicht, so ein Randphänomen. Es werden dann eher die komplexeren Sachen gespielt. Und eigentlich sprecht ihr dann ja auch mit eurem Verlag ein Publikum an, was weniger spielt, ne? Familien, die vielleicht sich nicht so häufig ein Spiel kaufen. Wie kommt ihr da ran? Weil das hatte ich auch schon mal im Gespräch mit Daniel von Board Game Circus, die ja auch sozusagen ein ähnliches Publikum da haben. Aber gefühlt ist dieses Familienspielprogramm sehr von so, weiß nicht, Pegasus Ravensburger Kosmos. Also die sind etwas mainstreamigeren Verlagen dominiert. Genau, jetzt hast du mehreres gesagt, aber genau das ist das Problem, um es schon mal aufzumachen und zu benennen. Der Markt ist dominiert und es ist, ähm, und umso größer der Verlag, desto bessere Preise kann er machen, desto bessere Lokalisierungen zieht er ran und, ähm, und frisst quasi alle kleineren Verlage auf. Und das ist so ein bisschen das, was für mich so die härteste Erkenntnis war bei diesem ganz, bei dieser bisher kurzen Reise von zweieinhalb Jahren, die wir jetzt gegangen sind, ähm, dass das schon heftig ist, wie sich dagegen durchzusetzen. Und, äh, das sagtest du ja auch eingangs, warum glaubst du, ne, braucht es den Spielersverlag oder wie wollt ihr euch da durchsetzen? Also tatsächlich suchen wir da noch nach unseren Mitteln. Also, ähm, das, was du auch sagtest mit dem, dass der Markt dominiert ist von diesen eher gehobeneren Spielen, ich glaube, das ist eine Verzerrung der Realität im Sinne von, also ich glaube jetzt nicht, dass ein, ach, ich weiß es nicht jetzt, fallen mir die, die perfekten, ich glaube nicht, dass jetzt ein Concordia, oder ein, ja, dass sich ein Gloomhaven so viel verkauft hat wie ein Monopoly oder so, ja, oder, ähm, keine Ahnung, also, das ist so ein bisschen, der, eigentlich ist der Markt größer im Familienspielbereich und, äh, es sind aber die, die Vielspieler, die Kennerspieler, die aktiver sind in der Szene. Ja, das sehe ich ja auch an, an unseren Followern oder an den vielen Influencern, die ich auf Messen treffe, die lieben dann eher so diese etwas gehobeneren Spiele und können mit den Familienspielen vielleicht gar nicht so viel anfangen. Ähm, die gehen also mehr in die Öffentlichkeit. Ähm, für uns ist es tatsächlich schwierig, an diese Familien ranzukommen, weil die natürlich in erster Linie im Müller oder im Kaufland oder sonst wo einkaufen und da kommen wir mal per se als kleiner Verlag nicht rein. Also, das geht einfach nicht. Die, äh, Einkäufer haben da ihre Listen und die kennen den Spielers Verlag nicht und wir haben ja nun jetzt auch keine Spiel des Jahres Nominierung, weil man die als kleiner Verlag sowieso schlecht rankommt und dann sind wir da erstmal außen vor. Der zweite Punkt ist, wenn die, äh, mal Familien im, ähm, im Internet suchen, dann ist da auch so ein bisschen das Ding, ähm, stößt man wirklich auf einen Titel vom Spielers Verlag und wenn ja, entscheidet man sich dann, sich dann nicht lieber für Kosmos. Weil man Kosmos kennt oder weil man Ravensburger kennt. Dritter Punkt ist, man kauft das, was man bei anderen spielt. Wenn aber niemand unsere Spiele kauft, wie will man dann, äh, mal unsere Spiele anspielen und die dann auch kaufen? Also, das ist ein unglaublicher Teufelskreis. Ähm, unser, unser Hauptmittel ist, weil du das gefragt hattest, ist, dass wir tatsächlich versuchen, auch über Social Media an die Familienspieler heranzukommen. Also, es gibt ja auch inzwischen genügend Menschen, die zum Beispiel bei Instagram aktiv sind und Spiele testen, die Kinder haben, ja, und, ähm, die auch mit Kindern, die Spiele testen sogar. Also, da, um jetzt mal einzunennen, der Spiele-Blog zum Beispiel, der Jörg, ähm, hat halt zwei Kinder und hat von Anfang an unsere Spiele auf seinem Kanal, also getestet und, und vorgestellt, ja. Ähm, auf so eine Weise kommt man natürlich dann auch eher an Familien ran. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Sache ist, dass wir versuchen, fast jede Messe mitzunehmen. Also, dass wir versuchen, da einfach in den Fokus der, der Gelegenheit, Spieler zu kommen, die sich einfach mal so eine Messe angucken wollen, ein bisschen spielen wollen und die dann bei uns vorbeilaufen und sich einfach angesprochen fühlen von unseren Artworks, von unserem Thema. Und, äh, da muss ich eben sagen, auf der Messe funktionieren unsere Spiele super, weil die Leute es anspielen können, ja, ähm, ein Beispiel ist Neue Helden braucht das Land. Im Internet wird das so gut wie gar nicht mehr gekauft, weil es irgendwo untergeht, aber auf der Messe ist das einer der Bestseller, weil das wirklich das Publikum, was auf eine Messe geht, anspricht. Die spielen das, die finden das toll, die kaufen das. Und, ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wo uns eine Messe da weiterbringt. Und natürlich hören wir auch zweieinhalb Jahre später noch, äh, euch kannte ich noch gar nicht. Und ich, also, wenn ich das in fünf Jahren noch höre, dann weiß ich nicht. Vielleicht, ähm, sorge ich dafür, dass wir irgendeine Schlagzeile kriegen, weil ich nackt nur mit Spieltags-T-Shirt begleitet durch die Frankfurter Innenstadt laufe. Ich weiß es nicht, was ich dann tue, aber ich würde mich echt freuen, wenn wir dann in fünf Jahren das nicht mehr hören müssen. Äh, jetzt verstehe ich es noch und kann es noch vollkommen nachvollziehen. Und deswegen sind wir ja immer auf diesen Messen, damit uns dann mal irgendwann jeder kennt und wenigstens einen Titel von uns kennt. Und der Rest läuft dann von allein. Dann, wer einmal beim Spieltagsverlag kauft, kauft meistens auch ein zweites und drittes Mal. Das ist unsere Erfahrung auf den Messen, dass die Fans dann immer wieder kommen, weil sie genau merken, diese Spiele haben immer genau das, was sie anspricht. Die haben immer das, ein ähnliches Setting, eine faszinierende Spielwelt, ähm, und sind für die Käufer perfekt geeignet. Jetzt sind wir ja ein paar Wochen vor der Messe. Wie bereitet ihr euch denn als kleiner Verlag darauf vor? Eigentlich gar nicht. Das ist immer lustig. Man denkt immer, man bereitet sich darauf vor. Im Grunde, ähm, haben wir, natürlich versucht man, Neuheiten am Start zu haben. Und das, ähm, haben wir jetzt diesmal wieder mit With a Smile and a Gun und For Sale. Ähm, und im Grunde ist eine Messe, läuft jede Messe ähnlich, ne? Mal so richtig drauf vorbereiten kann man sich da nicht. Also man überlegt sich vorher, wie groß dann der Messestand sein. Ähm, diesmal haben wir uns in Essen für einen 16-Quadratmeter-Stand entschieden. Ähm, aber wir machen das immer so ein bisschen abhängig davon, wie, wie viele Spiele wir haben, wie, wie erfolgreich die Messe für uns ist. Und das war's dann, ne? Wir haben dann unsere Messebetreuer, da lege ich auch großen Wert drauf, dass wir immer dieselben Erklärbären haben. Auch da wechseln viele andere Verlage durch. Ich möchte eben diese Identifikation mit dem Verlag haben. Ich will, dass die Leute denselben Erklärer quasi wiedererkennen. Und, ähm, dass sie einfach das Gefühl haben, das ist wie eine Familie, in die man kommt. Und deswegen setze ich da immer auf dieselben Menschen, die auch hinter unseren Spielen stehen und die toll finden, die dann die Spiele erklären. Also, die werden dann einfach angerufen, gefragt, eingeteilt und das war's, ne? Also, mehr vorbereiten ist nicht. Ähm, man macht ein bisschen Marketing vielleicht, dass man halt darauf hinweist, dass wir da auf der Spiel sind und wie wir auf der Spiel sind. Ähm, aber ansonsten heißt es dann einfach nur Augen zu und durch. Lohnt sich so ein Messestand finanziell? Also, das kostet ja einiges. Also, die ganze Logistik, die Standkosten, dann auch die ErklärerInnen. Lohnt sich das oder ist das eher so eine, so eine, ja, plus minus null Rechnung? Also, ähm, ich bin immer offen und ehrlich, das lohnt sich natürlich nicht. Also, das ist, das weiß immer irgendwie keiner so wirklich, was für Kosten das da sind, ne? Umso größer die Messest, desto höher sind die Kosten, äh, weil die Messer natürlich weiß, äh, dass sie dann mehr verlangen kann. Je kleiner die Messest, desto kleiner sind die Kosten, aber desto weniger geringer ist auch der Umsatz. Also, tatsächlich ist das immer ein Verlustgeschäft. Ähm, es mag Verlage geben, das will ich jetzt gar nicht, äh, generalisieren, ja, die da vielleicht mit einem Gewinn rausgehen, ne? Ähm, und Gewinn ist ja für mich, dass die, äh, es müssen ja erstmal die Herstellungskosten des Spiels bezahlt sein. Und diese kleine Gewinnmarge, die dann übrig bleibt, das ist ja dann der eigentliche Gewinn. Und, äh, wie gesagt, es mag Verlage geben, die das hinbekommen. Ich weiß aber auch von vielen anderen Verlagen, die, ähm, genauso wie ich sagen, das ist einfach nur ein Verlustgeschäft. Und, äh, manchmal kommt man auch mit plus minus null raus, ähm, wie gesagt, es liegt sicherlich auch daran, dass vielleicht unser Portfolio noch klein ist, ja? Also, wenn die Leute an den Stand kommen, um Spiele zu kaufen, die schon älter sind, dann, ähm, ist das ja für uns, dann ist das ja ein großer Vorteil, ja? Ähm, dass dann die Leute einfach Sachen mitnehmen. Für uns als kleinerer Verlag mit bis sie jetzt sechs spielen und jetzt in Essen acht spielen, ähm, ist das halt noch so, dass die Leute dann, wenn dann auf die Neuheiten schielen, und dass man gucken muss, wo man bleibt. Man braucht es, ich hatte es ja gerade erklärt, um einfach bekannt zu werden. Das ist einfach so eine Marketing-Sache, wo man da jetzt, äh, schauen muss, okay, äh, das passt. Es gibt natürlich auch viele Leute, die dann nach der Messe erst im Internet zuschlagen oder beim Händler des Vertrauens, ja? Die die Spiele bei uns anspielen und dann sagen, ah, ich kauf das dann bei mir und beim Einzelhändler in der Stadt, ne? Das kriegen wir ja unter Umständen auch gar nicht so wirklich mit. Ähm, aber man muss schon sagen, es ist auf jeden Fall für einen kleinen Verlag ein Verlustgeschäft, aber diesen sauren Apfel muss man beißen, wenn man es ernst meint in der Spielebranche. So gehe ich zumindest damit um. Du hast jetzt auch schon mehrmals Colorsquare erwähnt. Das habe ich auch gespielt und da ist mir in den Regeln aufgefallen, da steht gar nicht Spieler, sondern da steht Spielende. Warum? Okay, äh, ja, weil, wegen des Genderns. Das ist ja, ist ja ganz klar. Also es ist, ähm, man, also wir versuchen schon da modern, äh, damit umzugehen, äh, haben auch in den, ähm, neueren Spielen, seitdem diese Diskussionen, äh, aufkamen und die Wünsche auch, ähm, der Transcommunity etc., ähm, haben wir auch darauf geachtet, dass wir zumindest mal Hinweise haben, dass natürlich jeder sich angesprochen fühlen, äh, soll. Ich glaube sogar schon ab unserem zweiten Spiel, da müsste ich jetzt lügen, ab Magistra glaube ich schon. Und, äh, da wo es sich umsetzen lässt, ähm, versuchen wir halt mit, mit Doppelpunkt in Spielerinnen, äh, zu arbeiten oder mit Spielenden, ähm, zu arbeiten im Text, ähm, damit sich wirklich jeder von unseren Spielen und unseren Regeln angesprochen fühlt. Voll cool. Was ich ganz spannend finde bei Color Square, als ich das Cover erstmal gesehen habe, hab ich gedacht, oh nee, noch so ein abstraktes Roll and Ride. Habt ihr darüber nachgedacht, mal, weiß ich nicht, da ein Setting oder ein Thema drauf zu setzen, weil, ne, du hast es ja auch schon angesprochen, irgendwie, ist dieser Flip and Ride, Roll and Ride markt tot oder nicht? Es kommen immer noch mehr Spiele raus, ähm, ja, weiß ich nicht. Habt ihr da irgendwie drüber nachgedacht? Ja, natürlich. Also, äh, tatsächlich ist das ja auch gar nicht der Stil unseres Verlags. Also, jedes unserer Spiele hat ein Thema, ne, und eine Spielwelt, in die man gerne eintauchen möchte, das ist ja so ein bisschen das Signature-Move unseres Verlags eigentlich, dass ich das auch sehr schön finde. Und bei Color Square fallen wir da komplett raus. Ähm, und wir haben darüber nachgedacht, natürlich hätte man da diverse Themen drauf setzen können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da alles in der Diskussion war, an, an Themen zu machen. Also, ich glaube mal, ach ja, es war einmal die Idee, über so einen, ja stimmt, so einen Supermarkt, so eine Obstauslage zu machen. Also, du musst halt, ähm, 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 äh, um eine 16 zu erreichen, machst du halt vier Bananen in gelb und, äh, keine Ahnung, vier Melonen in, in, in grün oder sowas in der Art, ähm, und, ja, aber ich fand das einfach zu absurd. Also ein Thema obendrauf setzen, das in manchen Spielen macht das Sinn, also Magistrar ist im Grunde auch ein abstraktes Spiel von uns, hat aber trotzdem einen höheren Sinn darin, das in ein Magier-Duell zu verwandeln, weil man eben um Energien kämpft und das macht dann so ein bisschen mehr Sinn und hat so ein bisschen mehr dieses Feeling. Bei einem Roll and Ride muss ich ehrlich sagen, boah, finde ich das schwierig. Aus zwei Gründen, zum einen es wirkt noch aufgesetzter, zum zweiten es kann auch dazu führen, dass die Leute die Regeln noch schwerer verstehen, weil es einfach nicht so klar, weil man dann ja auch in den Regeln davon reden muss und dann schreibst du die sechs auf die Bananen. Also das ist ja dann, irgendwann wird es dann auch in den Regeln kompliziert, das zu verstehen. Und es gibt sogar noch einen dritten Grund. Ich glaube, wer Roll and Ride mag, der liebt auch Kniffel und wer Kniffel mag, der braucht kein Thema. Und es geht einfach um Würfel und es geht darum, Würfel möglichst klar in ein klares Setting einzutragen. Und dafür finde ich aber, dass tatsächlich unser Cover und unser Spielzettel doch noch recht einladend ausfallen mit diesem 4x4 Raster und den vielen verschiedenen Farben. Also ich finde, dass es dann gar nicht so ganz furchtbar unansehnlich abstrakt ist, wie ein Roll and Ride sein könnte. Und bis jetzt haben wir da auch überhaupt kein negatives Feedback bekommen. Und deswegen werden wir auch aufgrund des großen Erfolgs von Color Square jetzt in jedem Jahr mindestens eins rausbringen. Das für nächstes Jahr ist auch schon sicher. Und das wird auch abstrakt gestaltet sein. Also auch da haben wir überlegt, jetzt mit irgendwelchen Themen zu arbeiten. Aber das ist meiner Meinung nach überflüssig. Eine Frage zu Color Square habe ich noch, weil das finde ich auch ganz spannend. Du hast ja auch von Interaktion gesprochen. Gut, Roll and Ride ist generell nicht so interaktiv. Ihr habt dann ja bei Color Square nicht nur, sage ich mal, einfach so einen relativ einfachen Solo-Modus mit irgendeiner Wertungstabelle rausgepackt, sondern ihr habt euch da richtig Aufgabenszenarien ausgesucht und im Nachhinein auch noch welche rausgebracht. Das ist ja wahrscheinlich theoretisch einfach Arbeit, die nicht sein müsste. Warum macht ihr das? Ja, weil wir wollen, dass der Verlag uns ruiniert und wir dann Hilfe vom Staat kriegen. Und nein, es lässt sich nicht gut erklären, weil es ist einfach unsinnig. Also es ist wirklich so, ich weiß nicht. Also das Gute ist, dass ich in meinem Verlag keinen, niemanden habe, der für die Finanzen zuständig ist, der mit mir gleichberechtigt ist oder über mir sitzt und mir die ganze Zeit für die Finger haut und sagt, Probe, das können wir uns nicht leisten. So, also normalerweise wird es so laufen. So, da ich aber der Chef bin und ich das einfach liebe, was ich mache und einfach, ich weiß nicht, ich mache das einfach wirklich, also ich kriege keinen Cent bei dieser Verlagsarbeit. Aber ich mache das trotzdem gern, weil ich irgendwie der Spielewelt was geben will. Und für mich ist das der Idealfall, dass man ein Spiel bekommt, was immer Varianz hat, was immer abwechslungsreich ist, was mit einer möglichst großen Spielerzahl gespielt werden kann. Also verschiedene Art von Spielern und was ewig nicht langweilig wird. Das ist für mich der Idealfall, das würde ich mir als Kunde wünschen. Und ich möchte gern meinen Kundinnen genau das geben. Und Color Square ist eben der Fall, dass es sich im Gegensatz zu Roll & Writes interaktiv spielen lässt, weil du immer auf den Zettel des Gegners gucken musst und so ein bisschen drauf einstellen musst, was der andere wo einträgt, damit du es vielleicht nicht genauso machst. Color Square ist für bis zu sechs Spieler, weil ich es schöner finde, in großen Runden zu spielen. Color Square hat einen umfangreichen Solo-Modus, um auch alleine spielen zu können. Also somit hole ich quasi jeden ab da draußen. Und das soll doch der Idealfall sein, dass ich nicht drei Spiele kaufen muss für die drei Dinge, die ich will. Einmal interaktiv, einmal zu sechst und einmal alleine, sondern dass ich das alles in einem Spiel habe. Für mich der Idealfall eines Spiels und das möchte ich gern der Spielewelt geben. Und tatsächlich dieses, was du jetzt sagtest, dass wir nochmal drei Solo-Aufgaben hinterhergeschmissen haben, ich verrate glaube ich nicht zu viel und ich hoffe, der Patrick ist mir nicht böse, dass ich mit dem Patrick, dem Autor darüber, auch eine Diskussion hatte. Weil der Patrick natürlich nicht so richtig einsieht auch, warum soll ich jetzt meine kreative Leistung kostenlos nach draußen geben. Und da kann ich den Patrick voll verstehen, weil ich selbst als Spieleautor weiß, wie viel Arbeit der da reingesteckt hat und dass halt man am Ende jetzt ja nicht reich davon wird, auch als Spieleautor nicht. Und ich habe aber versucht, ich habe den Patrick da Gott sei Dank überreden können und ich finde es auch toll, dass er da mitmacht, dass ich gesagt habe, ich glaube einfach, dass es die Langlebigkeit des Spiels erhöht, dass es sich positiv auswirkt, dass es sich rumspricht. Dass dieses Spiel einfach nicht langweilig werden kann, weil wir immer neue Szenarien liefern. Und ich kann auch schon verraten, dass wir auch noch zwei neue Solo-Szenarien in der Schulplatte haben, zwei oder drei, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, die wir auch noch veröffentlichen werden kostenlos. Und dann werden wir wahrscheinlich stoppen müssen, weil ich dem Patrick das nicht antun kann, dass er das auf diese Weise macht. Aber ja, wir machen das einfach, damit die Leute lange, lange Freude damit haben und dass sie quasi diese Roll-and-Wide-Serie, die wir anbieten als Spieltagsverlag, wie gesagt, im nächsten Jahr geht es auch weiter, im Frühjahr mit dem nächsten, dass die Kunden uns da eine Chance geben und uns treu bleiben, hoffentlich. Weil sie sagen, der Spieltagsverlag ist da recht uneigennützig und das will ich auf jeden Fall unterstützen. Ich find's gut, ich spiel ja auch gern Solo-Spiel. Ich hab noch nicht mal alle Aufgaben vom, also im Grundspiel geschafft, aber die anderen stehen dann auch noch an. Aber es ist ein ganz interessanter Gedanke, weil's ja schon ein bisschen dieses, weiß ich nicht, Games as a Service ist. Das gibt es im Videospielbereich ja schon etwas länger und finde ich interessant, ob das jetzt vielleicht im Brettspielbereich auch so ein Trend sein könnte. Also ich fände es super, ja, also wir haben jetzt auch zu den Spielen Neue Helden und Eolos zwei Promokarten herausgebracht, die wir im Moment quasi bei jedem Neukauf dazugeben. Also wenn jemand ein neues Spiel kauft, kann er die Solokarte dazubekommen von dem Spiel seiner Wahl und sicherlich werden wir dann, wenn noch welche übrig sein sollten, aber wir haben die jetzt limitiert gemacht, die dann auch quasi über die Webseite anbieten, ja, für diejenigen, die eine wollen. Aber ich finde auch, dass das, dass das eigentlich eine schöne Sache ist und ich würde das super gern beibehalten, aber das ist natürlich wirklich ein finanzieller Aspekt, wo ich sagen muss, also wenn wir jetzt dauerhaft erfolgreich wären, würde ich das dann etablieren, aber ich kann mich natürlich nicht total nackig machen, wie man bei uns zu Hause sagt und kann, muss natürlich auch gucken, dass das Geld an den richtigen Stellen ausgegeben wird für neue Entwicklungen und, aber ich fände das super, ich fände das auch klasse, wenn, wenn viele Verlage dann möglichst nachziehen würden. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, die du jetzt bestimmt auch mitbekommen hast, aber jetzt noch gar nicht angesprochen hast, ist ja, dass wir neue Würfel rausschicken, ja. Also die einzige Kritikpunkt an Color Square war die Qualität der Würfel, das hat uns persönlich auch geärgert, das war so nicht absehbar, dass die Würfel sich nach vielen Partien so abnutzen und dann haben wir jetzt einfach auf eigene Kosten Würfel rausgeschickt. Jeder, der ein neues Würfelset für Color Square will, kriegt eins und das sind jetzt hochwertigere, geprägte Würfel und das machen wir halt einfach, weil wir wollen, dass die Leute happy sind. Genauso können sie bei uns auch Ersatzteile kriegen für die Spiele, wenn ihnen mal, wenn der Hund mal ein Schiff frisst bei Eolos oder so, ja. Ähm, das machen wir halt einfach, weil wir wollen, dass die Leute dauerhaft happy mit unseren Spielen sind und, ähm, ja. Und das müssen wir nicht machen und, äh, das ist aber so ein Ding, wo ich denke, ähm, die Spieler haben sich das verdient für das Geld, was sie dafür bezahlt haben und es ist nun mal so, dass auch unsere Spiele jetzt nicht die allergünstigsten sind, weil wir halt kein großer Verlag sind und keine zehntausende Auflagen machen können, ja. Und dann müssen die Kunden schon ein bisschen, ein klein wenig tiefer in die Tasche greifen, als vielleicht bei einem Quicks, was sie für acht Euro kriegen. Ähm, aber dafür sollen sie dann wenigstens den optimalsten Service haben. Was ich auch ganz spannend finde, ihr habt ja auch, ne, du hast jetzt auch angesprochen, dass ihr eure Spiele auch sozusagen bei euch auf der Website verkauft. Wahrscheinlich muss man ja ganz stumpf sagen, und das gilt ja wahrscheinlich für, für andere Verlage auch, für, für Spiele, das ist vielleicht günstiger, wenn man sich eure Spiele irgendwo anders in einem Online-Shop holt, weil dann spart man Versandkosten und holt sich andere Spiele. Also, rechnet sich dieser Shop für euch als Verlag und wie, wie, weiß nicht, wie, wie sehr wird der genutzt? Nein, er rechnet sich nicht und er wird nicht viel genutzt. Also, auch das muss ich ganz ehrlich beantworten, ähm, auf diese Weise. Der Punkt ist der, mh, dass, dass ich trotzdem das auch als Serviceangebot gut finde, wenn man das anbietet. Also, zum Beispiel bieten wir, wenn man bei uns im Shop auf der Webseite anbietet, kann man einfach diese kostenlosen Colorsquare-Würfel einfach mit dazulegen und bekommt die mit rausgeschickt, ja. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit über unseren Shop, ähm, zum Beispiel Ersatzblöcke für Colorsquare unfoliert zu verschicken und die Umwelt zu schonen auf diese Weise. Ähm, während Dinge, die über den Großhandel, den Einzelhandel gelangen, ja meistens foliert sind, einfach auch aus Schutz des Materials. Also, das sind so ein paar bestimmte Sachen, außerdem können wir eine persönlichere Ebene ausbauen zu den Leuten, ähm, sie können uns, äh, quasi auch einen Kommentar da lassen, äh, können auch mit uns in Kontakt treten, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Ähm, wir haben auch bis vor kurzem noch bei jeder Bestellung eine kleine Gummibächenpackung mitgeschickt, zum Beispiel. Also, das sind so Dinge, mhm, ich find das irgendwie wichtig und vor allen Dingen, ähm, bei uns kommt noch der Aspekt dazu, dass Neuheiten bei uns erstmal auf der Webseite tatsächlich auch gekauft werden. Also, das ist so ein bisschen, das dauert ja immer so ein bisschen, bis die dann über den Großhandel, den Einzelhandel kommen, ähm, und wir verkaufen sie aber direkt, sobald sie bei uns im Lager erscheinen, weil die kommen zuerst in unser Lager, bevor sie zum Großhandel geschickt werden. Und dann kriegen natürlich alle, die bei uns bestellen, das Spiel sofort. Zum Beispiel, With Us Mine and Gun haben wir erscheinlich viele Leute auch schon vorbestellt auf unserer Webseite und als erstes rausgeschickt bekommen, noch bevor alle anderen das überhaupt kaufen können. Ähm, das ist so ein bisschen ein kleiner Vorteil des Shops, den auch tatsächlich einige Leute nutzen und, äh, über den wir natürlich dann auch nochmal einen anderen Umsatz haben, als wenn, ähm, es auf, ja, dem, dem Online-Händler des Vertrauens dann für einen vielleicht Dumpingpreis angeboten wird. Das ist klar, dass das, ähm, bei uns dann vielleicht ein bisschen teurer ist, aber wer uns wirklich unterstützen will, und da gibt's einige, der macht das über unseren, unseren Shop und wir sind guter Dinge, dass, ähm, mit wachsendem Verlag auch der Umsatz über den eigenen Online-Shop steigen wird. Jetzt hast du die zwei Neuheiten, äh, die zur Messe erscheinen, schon kurz genannt. Magst du vielleicht nochmal beschreiben, was sind das für Spiele für die, die davon noch gar nichts mitbekommen haben? Ja, also With a Smile and a Gun ist ein Zwei-Personen-Spiel, ähm, das ist im unteren Kennerbereich oder wieder gehobenen Familienspielbereich angesiedelt, weil man kann sich da schon sehr verkopfen, also man kann da schon wirklich intensiv planen, wie die nächsten Züge sind, ähm, und, äh, im Grunde geht's im Spiel um, äh, das ist ein Würfel-Einsatz-Spiel, also man würfelt einmal die Würfel und, äh, jeder muss mit diesen Würfeln arbeiten, die da sind, und die verbrauchen sich auch, und es geht um Area-Control. Also man muss Stadtbezirke in einer Großstadt dominieren, und zwar ist das ein bisschen angesiedelt in, in so eine alternative mystische Prohibitionszeit, als man wägt einen Gangster-Boss quasi um die Stadt herum, und dort, wo er stehen bleibt, werden Handlanger positioniert. Und auf diese Weise fange ich an, äh, Stadtbezirke zu dominieren, und bekomme dafür Ressourcen. Ressourcen sind gleichbedeutend mit Punkten, auf unterschiedliche Weise. Das jetzt mal so in, in, in ganz einfach erklärt, ja. Das Besondere ist so ein bisschen, dass man, ähm, auch so mystische Zaubertränke hat, die die Regeln verändern, dass man gegen die Polizei auch, äh, antreten muss. Also beim Area-Control spielt die Polizei eine gewichtige Rolle. Außerdem gibt's einen Schatten, so einen Non-Player-Charakter, der auch jedes Mal wechselt, genau wie die Zaubertränke, sodass, äh, in jedem Spiel eigentlich der Schatten eine andere Funktion hat, und das Spiel auch wieder auf den Kopf stellt. Also man kann da sehr taktisch einplanen, wenn ich diesen Würfel nehme, nimmt der Schatten diesen Würfel, kommt dann da hin und macht dann das. Ja, also man kann das voll mit einplanen. Also es ist, äh, und trotzdem ist es nicht zu schwer, ja. Also es ist trotzdem, wie gesagt, auch für den Zehnjährigen schon spielbar. Kam auf der Berlin-Kon sehr gut an, da hat man den Prototypen dabei, also beziehungsweise den erst, die erst gedruckte Version, äh, mal zum Anspielen. Und, ähm, alle, die es angespielt haben, haben gesagt, oh, ich würd's sofort mitnehmen, ja. Wenn ihr's schon da hättet, ich würd's sofort mitnehmen. Also es macht wirklich Spaß, auch wenn's nur für zwei Personen ist, und hat den Vorteil, dass es auch wieder einen extrem umfangreichen Solo-Modus hat. Also auch da, äh, holen wir auch die Leute ab, die quasi vielleicht mal abends alleine spielen, und das kann man dann richtig in Kampagnen spielen, ähm, gegen das Spiel quasi am Ende. Das ist das eine Spiel, das ist also quasi so ein bisschen wieder das gehobenere Spiel, so wie letztes Jahr Eolos. Also wir versuchen tatsächlich jedes Jahr ein, so ein Spiel dabei zu haben, idealerweise 10+, ähm, was auch so ein bisschen diesen Bereich unserer Kundschaft, äh, abholt. Und das zweite Spiel geht in die komplett andere Richtung wieder, da, wo wir hauptsächlich beheimatet sind, ähm, und zwar For Sale von Iello, ähm, ist ein Klassiker, ich glaub, von 97, Stefan Dora, ähm, und der in mehreren Versionen schon aufgelegt wurde. Das ist jetzt die neueste Version von Iello mit einer wunderschönen Grafik, wie ich finde, und, äh, in einem kleinen Format, äh, sehr handlich und, äh, holt diese Fans, die auch Ninja Academy bei uns, äh, quasi schon mehrfach ausverkauft haben, äh, holt das einfach total ab, weil es einfach drei bis sechs Spieler ist, ähm, man sitzt da, man hat Spaß, man interagiert miteinander, also auch wieder so die Kernelemente des Verlages, diese Interaktion, der Spaß am Tisch, ähm, und, ähm, ja, genau, es geht einfach darum, auf Häuser zu bieten am Ende, also, lässt sich ein bisschen schwer erklären, ist ein Bad-and-pluff-Spiel, also, man bietet Geld, um, äh, möglichst hochwertige Häuser zu bekommen, in der Wertigkeit von 1 bis 30 und in der zweiten, im zweiten Spielabschnitt muss ich diese Häuser dann zu, in große Schecks umwandeln und da legt man die Häuser dann quasi verdeckt und muss so ein bisschen den anderen so ein bisschen lesen oder muss strategisch guter spielen, also kam bis jetzt in allen Runden gut an und erschauentlich viele Leute haben sich gemeldet, haben gesagt, wie toll, dass ihr das macht, wir kennen das, weil wir es bei Boardgame Arena gespielt haben oder weil wir es, ähm, so irgendwoher kennen und toll, dass ihr das nach Deutschland bringt, auch viele Einzelhändler haben das tatsächlich gesagt und, ähm, da glauben wir, werden wir einen guten Start haben. Dann sind wir gespannt, dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich, da geht es jetzt nicht mehr um dich als, äh, ja, Teilgründer vom Spielabs Verlag, sondern um dich als Spieler, was sind denn so Evergreens, die du immer, immer wieder spielen kannst und wieso? Ähm, also, ein Everqueen, den ich immer, immer wieder spielen kann, das, den hatte ich schon wieder ganz vergessen und er fiel mir am Wochenende beim Nachwuchsautorin-Treffen an, ein, weil ein Spieler einen ähnlichen Mechanismus gewählt hat und der kannte das Spiel aber gar nicht, haha, worum geht's, geht um Kältes. Der kannte Kältes gar nicht, hat aber einen ähnlichen Racing-Mechanismus, äh, gewählt und Kältes kann ich immer spielen, sowohl als Kartenspieler als auch als Brettspiel. Ich finde das einfach toll, weil man sich eben, man muss die anderen so ein bisschen lesen, man muss zocken darauf, wo geht man hoch, worauf konzentriert man sich, ist man schneller als der andere, man kann Kombos bauen auf dem Spielfeld, das ist so für mich so ein Everqueen, der immer Spaß macht, der immer anders ist, ähm, und wo das Glück nicht zu overwhelming ist. Das jetzt mal so von den älteren Spielen. Dann finde ich Isle of Skye super, das ist für mich so ein Spiel, so ein Plätzchenlegespiel, wo man ja auch schon weit ins Voraus planen kann, ähm, und wo man geschickt bauen kann, was mir auch immer, immer Spaß macht, was zu meinen All-Time-Favorites gehört, genauso wie Port Royale, hat nie einen Preis bekommen, aber es funktioniert einfach immer, macht immer Spaß, auch in größeren Runden, ähm, auch da so ein bisschen dieses, dieses Zocken darauf, drehe ich noch eine Karte um oder nicht, so ein bisschen Adrenalin. Und von den neueren Spielen bin ich sehr begeistert von Fantastische Reiche und den Ableger Star Trek Missionen, ähm, dieses, das finde ich, ist ein einfach mega geniales Konzept, ist es so einfach gehalten, einfach nur Karten ausspielen, miteinander kombinieren, dass da früher noch keiner so draufgekommen ist und es funktioniert perfekt. Also das kann ich zu zweit, äh, zu viert kann ich das spielen, äh, teilweise Star Trek Missionen zu fünft schon gespielt oder zu sechst, ähm, das funktioniert, es ist toll, es macht mir super viel Spaß, weil es taktisch-strategisch ist, aber auch eben mit Glück zu tun hat und somit die perfekte Balance bietet. Ja, wunderbar. Robert, dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gern. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, bis bald. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.